Hey Leute. Hallo. Ich bin heute bei Madeleine Juno. Vielleicht kennt ihr sie ja auch. Und ich habe gedacht, ihr seht vielleicht, ich bin nicht so krass geschminkt, dass du mich mal schminkst, wie du normalerweise auf der Bühne so aussiehst oder wenn du halt irgendwie ein Video drehst und so weiter. Ja, ich bin absoluter Experte. Ich weiß genau, was in Sachen Beauty so, worauf es ankommt. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und da können wir was machen. Oh ja, und schaut auf jeden Fall auch auf ihrem Kanal vorbei, denn da haben wir auch ein Video gedreht. Genau, ich fange jetzt mal mit der Mascara einfach an. Für meine Wimpern hat Maddie die Roller Lash Mascara von Benefit benutzt und die kannte ich selbst vorher auch noch nicht. Und dann kam die Naked 3 Palette zum Einsatz. Sie hat dann erst so einen Rosé-Ton auf meine Augenlider aufgetragen und das Ganze mit einem noch helleren Ton verblendet. Zum Konturieren hat sie diese neue Palette von Essence verwendet. Die habe ich auch noch nicht zu Hause, aber ich glaube, ich werde sie mir jetzt auf jeden Fall mal holen, weil ich den Bronzer-Ton echt toll finde, genauso wie das Blush. Ihre Lippen schminkt Maddie wirklich ganz anders als ich. Sie hat dann erst mal so einen Lip-Liner von Essence verwendet und damit meine Lippe umrandet oder sie quasi noch ein bisschen größer gezeichnet, als sie eigentlich ist. So was mache ich eigentlich nie, aber ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann hat sie meine Lippen noch mit einem Bobbi-Brown-Lipgloss aufgefüllt. Auch wieder einen Pastel-Ton. Pastel-Töne. Und die ist aber auch ein bisschen pigmentiert, ne? Und ich war echt überrascht, dass mir der Look doch so gut gefallen hat. Zum Schluss kam natürlich noch ein bisschen Puder auf mein Gesicht, damit ich nicht so stark glänze. Und dann seht ihr hier den von Maddie geschminkten Look. Als nächstes habe ich Maddie dann geschminkt und ich habe erst mal meine Carly Bible Palette verwendet. Die liebe ich über alles, seitdem ich sie habe. Die hat ganz viele tolle Rosé-Töne und auch so ein paar schöne Highlighter-Farben. Ihre Wimpern habe ich dann mit meiner liebsten Mascara von Catrice getuscht, aber auch nur die oberen, damit der Look sehr natürlich bleibt. Und ich habe meinen liebsten Bronzer von Essence verwendet. Ich glaube, der ist auch aus der neuen Kollektion und ich finde den so toll. Den habe ich dann großzügig erst mal auf ihrem Gesicht aufgetragen. Ich hatte noch nie einen normalen, einen richtigen Job. Ich habe noch nie was Anständiges gemacht. Ich habe immer, Gott sei Dank, bisher immer machen dürfen, was ich liebe. Außerdem habe ich dann noch mit dem What's Up Highlighter von Benefit ein bisschen mehr Schimmer auf ihre Wangen gezaubert. Den Look habe ich dann noch mit einer pinken Lip Cream von Trended Up abgerundet. Und die finde ich wirklich sehr schön, weil die so einen ganz tollen, matten Pinkton hat. Und hier seht ihr dann mal mein fertiges Ergebnis. So, und das sind jetzt auch unsere Make-Up Looks. Eigentlich lustig, dass wir unsere Augen ähnlich sehen. Nur die Lippen halt eigentlich komplett anders, würde ich sagen. Und wir können dann jetzt ja auch mal unsere Klamotten switchen. Und dann zeigen wir euch auch mal, wie das aussieht. Ich habe Maddie direkt mal mein aktuelles Lieblingskleid angezogen, damit sie ein bisschen mehr girly-like aussieht. Obwohl ich ihren Stil auch sehr gerne mag. Zum Beispiel auch diese Schuhe, die sie hier gerade trägt. Die gibt es bei Pimki. Und ich finde die so cool und stylish. Und ich finde echt, dass ihr mein Kleid auch sehr gut steht. Und hier seht ihr jetzt nochmal meinen Look. Ich habe ein Oberteil und eine Bomberjacke von Maddie an. Und der Rest ist eigentlich von mir. Also ich glaube, wir haben beide generell einen sehr ähnlichen Stil. Oder auch einen Stil, den man gut miteinander kombinieren kann. Denn das Outfit würde ich so komplett auch im Alltag tragen. Und das war es auch schon mit dem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr unsere Look so findet. Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall noch auf Maddelys Kanal vorbeischauen. Weil da haben wir auch ein Video gedreht. Und ja, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.